Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann hört euch mal die Geschichte von Rayman an In Raymans Welt leben die Menschen im friedlichen Einklang mit der Natur Das große Proton sorgt für Harmonie und Ausgewogenheit Tut mir leid Leute, damit ist es wohl vorbei Denn eines finsteren Tages raubt der elende Mr. Dark das große Proton Und besiegt die Tebethiller, als diese es beschützen will Die Elektrons, die normalerweise um das Proton kreisten Verlieren ihre natürliche Stabilität und werden in alle Winde zerstreut In dieser aus den Fugen geratenen Welt passieren nun seltsame Dinge Monster und feindliche Wesen tauchen auf und fangen alle Elektrons, die sie finden Meint ihr nicht auch, dass nur noch ein Held sich jetzt retten kann? Rayman, zu Hilfe! No problem Befreie die Elektrons, Rayman, und entreiß das große Proton Den Klauen seines geheimnisvollen Entführers Aber ob die böse Wichter das zu einfach hinnehmen werden 忍 Abonnieren Cherry Abonnieren resolution B Batman T Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020